Mit Milch und Zucker? Was ist denn das schon wieder? Falsche Frauen? Falsche Frauen? Es war schon frei, es haben wir auch frei, aber sehen wir uns ganz gut zu gern. Wenn ich so gut bin, sehen wir uns aber auch nicht. Ich halte es nicht mehr aus. Ich soll mal weiter, weil wir uns ganz gut machen. Ein Sender zurück, das sollten wir uns mal ansehen. X-Factor, The Voice of Germany, Japan Talent und DSDS-Kerniger-Schule. Die anderen beiden, das können wir schon lange. Ja, wir machen ein Weihnachtsmann-Casting. Aber wie sollen wir das Casting denn nennen? Da unser Weihnachtsmann hauptsächlich ist, gab wir uns nicht mehr aus. Ich soll es nicht mehr aus. Es muss Englisch klingen. Es wird zuletzt Best Christmas Man. Hey, Schöp, das ist mal eine super Idee. Jetzt müssen wir es nur noch schnell im Blick machen, damit es alles einfach gleichzeitig klappt. Am besten, wir lassen Flügel an den Christen. Die Wolli, wenn wir den Fußball-Counts haben, dann wir euch nicht. Und ich weiß es schon wieder. Wenn wir alle Menschen in dieser Rolle kommen, dann können wir es besser als die Kinder einfach nicht leider vertreten. Die große Fischküren ist es alle neu. Bei denen macht es so viele Fischküren, wenn wir keine Wischung leisten. Man will ein Witz und nicht ein Ränst. Oder? Doch, dass man voll Ränst. Ja, aber für die Jury brauchen wir einfach jemanden. Wer die Jury macht, weiß ich schon. Am besten die größten Künstler. Und alle von den beiden sind auch sehr gut. Dann bekommen wir das Aufmerksamkeit. So, ich schaue mal die Diodenkläge noch drüber. 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 Ja, ja, die Zwerge, meine Damen und Herren, immer gut drauf. Nun, die Flugplätze sind alle verteilt, wo sind diese denn überall gelandet? Und wer will so einen Job übernehmen, ohne gesetzlichen Mindestlohn und überschönen noch und noch? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Okay, dann wird es mal nicht so sein, aber... Hurra, hurra, der Weihnacht war nicht wieder da! Hurra, hurra, der Weihnacht war nicht da! Aber einige Neuerungen hätte es dann doch ganz gerne. Gerne, und die wären... Die wären für sein Job-Cherry, so könnten sie zum Beispiel die Gläser oder auch die Zwerge bei mir als Saisonarbeiter geträchtet werden. Und die Märchen war dort, kann ich nicht von mir sein. Ja, und wie ich mitbekommen habe, wirst du das mal von jetzt doch. Ja, ganz so eine Neuerung, das war halt auch nicht. Aber meine alten Fritten geht es nicht mehr. So gut, so gut. Dann werden wir uns morgen wieder mit der Zwerge besprechen. Meine Damen und Herren, ich bin doch von der Zwerge Ende gut angekommen. Aber das war doch jetzt mal ein Verschüßendes Ende dieses Jahr, oder? Aber ich finde, wie das jetzt noch mal für dich von Gräser wäre. Ja, das wäre schön! O schöne, herrliche Weihnachtszeit! Es sind so gut und schönes Zeit, denn der Heilige Christ in jedem Haus heilt seine Lieben Garten auf. Und ich hab' heute noch so klein, so kommt der Heilige Christ hinein. Und alle so viele, die die sein, die alle an die Leiter, die große und die kleinheit sind. Die Heilige Christ an alle Wände, an jeder Wände zum Ihnen sein. Zum Lauf und Schönen und Dampf auf sein, der Wände, 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 der Wände. Vielen Dank!